So, Leute, willkommen zurück. Ah, okay, auf F9 liegt wohl Schnellspeichern, aber gut, dann, nun denn, so soll es sein. Äh, wo waren wir denn? Wir wollen, wo wollen wir denn hin? Ich glaube, wir gucken uns erstmal... Ist hier noch was in der Höhle? Äh, ich glaube, mit Alt können wir das hier genau angucken. Bin mir aber nicht sicher. Oh man, die letzte Aufnahme ist auch schon ein Stückchen her, muss ich sagen. Ähm, ich weiß echt nicht mehr, was wir hier machen wollten. Aber ich befürchte... Ah, gut, also die Viecher stehen wohl nicht mehr auf, wenn wir sie gekillt haben. Dann bleibt natürlich die Frage, ob wir nicht vielleicht doch jedes Vieh, was wir hier finden, mitnehmen sollen, um es zu killen. Ist natürlich jetzt echt die Frage, aber gut. Äh, dann hauen wir erstmal hier drauf. In der Hoffnung, dass wir irgendwann auch mal treffen. Ich glaube, das ist bei diesem Charakter hier doch ein wenig zu viel verlangt momentan. Ähm. Ah, okay. Achso. Achso. Ja, übertreibt es halt nie, Leute. Furcht aus, böse. Nein, weg, 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 weg. Einer ist okay. Doch nicht alle. Oh man, ey. Kollege. Willst du mich verarschen oder was? Greif doch mal etwas an. So, der Nächste. Der Nächste. Komm, haut drauf. Ich hab schon ne, der Trank im Anschlag. So, jetzt auf den Schäfe. Oh Gott, das kann ja was. Das kann ja was. Ah. Ah, okay. Unter 50%. Gut. Äh, trifft der überhaupt? Nee, irgendwie nur selten. Na komm, und nochmal, und nochmal, komm. Ja klar, ein, auch ein Lebenspunkt, du weißt ja, da kriege ich doch schon wieder in Föhn. Alter Verwalter, ey. Das gibt's doch gar nicht. Gut, dann würde ich sagen, kloppen wir, nehmen wir uns jetzt erstmal die Kollegen hier vor. Krugsstrauchdieb. Den Nächsten bitte. Und den Letzten. Also der Autoangriff ist, glaube ich, wirklich noch etwas einigermaßen. Äh, Inventar voll. Oh, Inventar wirklich fast. Äh, wer fängt den Müll? Zwei bis... Äh, so haben wir nett gewertet. Und da kommt noch was. Im Unterholz. Aha. Ein kleiner Schnapper, der uns ans Leder wollte. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir mal die Gegenstandsanzeige an, damit wir sehen, wenn irgendwas fällt. Ähm, was ist das denn, bleibt in der Nähe, äh, nee. Äh, äh, ah, okay. Also das Kampfsystem, das muss ich mir, glaube ich, bei Gelegenheit auch nochmal genauer angucken. Ähm, ja. Ja, aber momentan macht das ja alles noch keinen Sinn, denn wir sind ja noch alleine und folglich ist da wohl auch noch nicht viel zu holen. Neun Gold, ähm, gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Dolch, vier bis acht. Äh, das ist Nahkampf, Fernkampf, Kampfzauber und Naturzauber. Das heißt, beim Nahkampf ist eigentlich egal, was wir benutzen, äh, der geht immer mit der Stärke mit. Also das ist, da geht's nichts auf Geschicklichkeit, gezielt trainieren oder so. Das ist wohl, dann wohl alles, glaube ich. Ähm, da will noch was aufs Maul. Äh, oh. Aha. Wir scheinen jetzt wohl auch besser zu treffen. Und wir machen mehr Schaden. Also ich muss sagen, der Dolch, das war jetzt echt eine gute Sache. Oh, der haut ja richtig rein. Oha. Und da, der letzte, komm. Oh, wir haben an Stärke gewonnen. Das ist ja immer was. Ähm, mal gucken, was es hier noch so gibt. Äh, naja, ein Krug. Äh, wieso die eigentlich Krug heißen, weiß ich auch nicht, aber komischer Name. Ähm, oh. Wart haben wir, was hast du denn zu meckern, alter Mann? Nachbar. Ähm, wir wollen jetzt mal kurz... Resümieren. Wir laufen schon seit circa, hm, mal grob überschlagen, 10, 15 Minuten durch die Gegend. Äh, wir haben einen Hof am Ende der Welt. Und der gute Mann nennt uns Nachbar. Beziehungsweise bezeichnet sich als ein unseren... Also irgendwie... Denken die ja da ein bisschen in anderen Dimensionen oder so? Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Also, okay. Okay. Äh, gut, okay. Äh, gut, okay. Und dann geht das Keller von den Krugs und sammelt Vorräte für den Weg nach Stonebridge. Na ja. Dann wollen wir diesem Gefallen doch nachkommen. Und sehen uns erstmal an, was hier unten denn überhaupt so ist. Äh, okay. Er bewegt sich von allein. Dann soll es eben so sein. Gut, da ist wohl nichts drin. Da kommt noch was raus. Oh. Ah. Das sind... Aha. Ah, okay. Äh, das sind die Dinge. Oh, ob das eine gute Idee war. Ähm, ja, okay. Wieder der Trank im Anschlag. Ich weiß ja nicht, wie lange wir das jetzt durchhalten, ohne dass wir zu sehr mitgenommen werden. Das Gute ist eben, dass man hier die Rüstung nicht reparieren muss. Da bin ich ganz froh drum. Denn ich glaube, spätestens an dem Punkt hätten wir mittlerweile schon ziemlich abgelost. Oh. Äh, Lederpanzer. Einfach. Gut. Ähm. Dann würde ich sagen, zerrupftes Leder. Äh, zerlumptes. Werfen wir mal weg. Verteidigung 6. Hm. Ist zwar nicht so gut, aber... Was hat die denn? 5 bis 9 auf 10 Meter. Gut. Können wir mal drin behalten. Werden wir zwar nicht benutzen, aber behalten wir mal drin. Okay, da geht er wieder da drauf. So. Ach, die Schaufel, die können wir eigentlich wegwerfen. Das Gold nehmen wir mal getrost mit. Zersplittert der Stab. Ähm. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir den mitnehmen sollen. Ne, brauchen wir eigentlich nicht. Oder? Ach, ne, komm. Lass, lass weg, weg mit dem Müll. Lassen wir weg, lassen wir weg. Was soll's? Äh. Ist halt jetzt... Oh, da sind noch 8 Gold. Dann nehmen wir das hier noch mit. Ähm. Das da. Da geht's weiter. Aha. Okay. Erwartet uns hier noch was. Lebenssauge. Ist da noch was Feines drin? Gold. Gold. Besser als nix. Äh. Ah, Fackeln. Die sollten wir vielleicht auch mal anmachen. Äh. Ist hier noch irgendwo wohl nicht. Gut. Und das war's dann wohl auch. Ähm. Sagt uns das Tab noch irgendwas? Ne, nur dass hier ein Haufen Zeug rumliegt. Können wir denn nicht noch irgendwas mitnehmen? Ich mein, das... Dann können wir doch den zersplitternden Stab doch noch da rein. Äh. Ne Hacke. Gut. Ähm. Schaufel, brauchen wir nicht Knochenkeule? Hä? Wie jetzt? Achso, die hat er einfach dann trotzdem mal. Gut. Und den Rest können wir ja eigentlich dann... Ja, das war natürlich sehr intelligent, das schon mal zu drücken, ohne dass wir drauf waren. Aber gut, so haben wir wenigstens noch ein bisschen Zeit, hier das Gold einzusammeln. Und da hängt sich schon wieder alles auf. Und da hängt sich schon wieder alles auf. Ich hab keine Ahnung, was das jetzt ist. Ähm. Ähm. Ich sch... Ich sch...